so hier bin ich wieder mit einer neuen folge und es ist verdammt du es da so ja hier war ja der letzte speicherpunkt wo auch dein letztes mal mehr oder weniger auf wird haben in der nähe und ja dann machen wir jetzt hier mal weiter gehen wir hier wieder hoch wobei ja ist das dunkel ich hoffe ihr könnt genug gucken gut was sehen wir und weiter sonst müsst ihr die herrlichkeit halt eben höher drehen wieder ein bisschen so hier war er noch am essen irgendwo oder naja egal vielmehr nicht stören genau da war hier lang gegangen das war sie auch noch so alter ist es dunkel okay so waren wir das dann auch schon hier ich glaube hier ging es nicht weiter so ein kleines glühwürmchen spielzeug und ich habe es auf die lampe getan und so damit es nachts leuchtet dann blieb es schön warm und der raum war da nicht so dunkel ich mochte keine dunklen räume wegen dem gruselfilm ich wusste die waren nicht echt aber als kind stellt man sich eben alle möglichen sachen vor keine ahnung wo mein glühwürmchen ist ist wohl verloren gegangen okay hier geht es nicht weiter dann gehen wir wieder ein bisschen zurück ach jetzt ist ja die tür offen ein klavier ein klavier mutter wir danken dir wenn ich kommst du nach hause und alles ist total daneben irgendwer war in deiner wohnung hat dein zeug angefasst hat schweiz liegen gelassen den nicht dir gehört und das mädchen an der tür sagt bloß nein schatz nein alles in ordnung du hast es bloß vergessen bitte baby ähm äh was ist dass man äh was ist das eine film äh ooooh seltsam da geht es ja auch nicht weiter ähm Aua, okay, jetzt hat man das mal ein bisschen besser gesehen, oh die Sonne geht auf, wir sind in Japan, die rote Sonne von Barbaros, oh, was kommt denn da hoch, ein U-Boot, ähm, okay, jetzt habe ich keine Taschenlampe, äh, jetzt geht es wieder, merkwürdig, ähm, hier waren wir jetzt drin, hier ging es nicht weiter, hier ist abgestellt alles, das ist komisch, ähm, seltsam, seltsam, da ging sie auch nicht weiter, ähm, da drin sowieso jetzt nicht, äh, hm, das ist wirklich merkwürdig, nee, hier komme ich nicht weiter, äh, hä, hä, wo muss ich denn jetzt hier lang gehen? vielleicht hier lang alter ist das dunkel hier aber gut es ist das ding da am fressen eben war er noch hinter mir ist es da okay naja weil nach dem schmeckt warum nicht ich habe keine ahnung ob ich hier richtig bin ob land ist alle aber im moment muss ich wohl hier ich denke ich mal glaube ich hier mal lang die tür geht nicht auf aber das wieder nicht zum lesen aber manchmal muss man die leute einfach hassen weil sie ebenso sind wie sie sind nicht weil sie von ihren eltern so erzogen wurden sondern weil sie sich mit absicht so verhalten obwohl ihre eltern sie gut behandelt haben sind sie bewusst böse und alles weil nicht nach ihren vorstellungen läuft ok hier ist eine tür die geht auch nicht auf nein das ist echt seltsame spiel da geht auch nicht du bist so schreck schrecklich sowieso herzlich meine aber wir haben hier bei der regen mitnehmen ok da kann ich runter hier kann ich auch erst mal runter da interessant ist ja so große kist Alles entwickelt sich weiter. Menschen sind da ja keine Auslöser. Wir entwickeln uns weiter und wir müssen über die aktuelle Phase hinaus warten, oder? Die Menschheit ist auf Kollisionskurs mit... Naja, der Auslöser. Wirklich alle, mit denen ich rede, wissen, dass... Keiner scheint was dagegen tun zu können. Ich akzeptiere halt, dass wir alle irgendwann sterben. Und wir sollten einfach das Beste daraus machen. Wenn man einsieht, das Leben und Tod nur zwei Seiten, weil es eine Münze sind, muss niemand mehr Angst haben. Ähm, ja, komisches Echo. Hm, für mich sieht es aus wie so eine Koralle. Hm. Äh, okay. Ähm. Tick-Tack, Tick-Tack. Okay. Gut, das ist jetzt die Treppe, die ich vorher... Ja, ist ja gut, du Vieh. Geh nach Hause, Mann. So. Okay. Huch. Bei denen ist der Funke übergesprungen. Huch, da auch. Haben wir schon wieder Silvester, oder was? Höhöhöhöh. Ähm. Was haben wir denn hier drin? Wieder Valerie. Okay. Was? Ähm. Ja. Das ist sehr schön. Uah. Oh. Oh, noch einer. Vielleicht drei oder vier. Oder so. Da hinten sind die... Ähm. Der eine geht da die Treppe runter, der andere geht da lang. Ähm. Ich geh da mal hier lang. Alter, ist das dunkel. Meine Fresse. Nein, das geht nicht auf. Huch. Alter. Da ist ja Gollum noch besser, oder? vielleicht ist da hinten rum alter oder diese alter ihre runden drehen die sonne geht wieder auf die 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 seltsam kommt sie irgendwo raus und dann wir waren hier lang gegangen so dann haben wir jetzt hier ein von dem da ist ja gut einer freie doch also hier war doch unten bei der treppe ja kannst du mal weitergehen was bist du überhaupt männer Das ist dunkel, ey, das ist ja... Ne, da läuft der hinten rum. Wofür dieser will ich hier hin? Ich weiß es nicht. Kommt der andere auch dann hier lang, oder wie ist das? Ja, dieses Grundgeräuse, wie man es nennen soll. Da fallen wir... Da fährt erstmal die Viecher los, ne? Hui! Trophäe erhalten. Blasebalk, okay. Hier ist ein bisschen Licht. Hallo? Nein. Gut, hier ist wieder dunkel, hier muss ich wieder Licht machen. Um es besser sehen zu können. Hm. Äh, oha. Das ist ne... Ja. Riesenautobahn. Okay, da geht's hoch, aber ich will mal gucken, vielleicht ist ja hier noch was. Ha, siehst du immer. Ne? Batterie. Na klar, was sonst? Sonst ist da nix. Gut Leute. Sind wir jetzt hier so... Okay, das Gespräch nehmen wir noch mit. Und dann hören wir auf für heute. Warum haben Dana und du eigentlich Schluss gemacht? Ihr habt so gut zusammengepasst, weißt du? Das perfekte Paar. Ich kann sie mir mit keinem anderen vorstellen. Aber, hey, ich meine, du warst echt gestresst damals. Hattest kaum Zeit. Glaub mir, ich weiß das. Ähm, ja. Da ist sie wieder. Ey. Seltsam, das Ding. Okay, Freunde. Dann... Da ist viel Wasser. Und das stinkt auch bestimmt sehr. Wie meine Füße. Nein. Okay. Ich nehme mal an, hier ist zu. Ja. Gut. Dann... Machst ihr Papier darunter? Oh. Oh nein. Dana. Ähm. Was hast du hier zu suchen? Oh, wo gehst du hin oder überhaupt? Seltsam. Ähm. Okay. Äh. Gut, Freunde. Dann bleib ich jetzt noch stehen und sage bis zur nächsten Folge, danke, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye. Bye. Bye.